Ich kann auch gerne was sagen. Es geht nochmal um die Sachspenden für die Ukraine. Und zwar ist bei uns in Goslar am 27. September so eine Kinderbekleidungsbörse, die da zweimal im Jahr stattfindet. Da sind riesige Hühltische, wo man für alle Kinder in sämtlichen Größen Klamotten kaufen kann. Meistens nur für 50 Cent, 1-2 Euro das Teil. Auch warme Wintersachen. Da werde ich auf jeden Fall nochmal einkaufen gehen und gucken, was die deutschen Mutti so übrig lassen. Meine Idee war es einfach, wenn irgendwer auch was spenden möchte und vielleicht nicht zu Hause hat, weil er keine Kinder hat, die rausgewachsen sind, dass sie sich da vielleicht noch finanziell mit dran beteiligen möchten. Wer das möchte, kann sich ja mal bei mir melden. Und meine Idee ist einfach, dass das Geld, was da nicht ausgegeben werden kann, würde dann einfach mit in die Transportkosten für den Lkw mit einfließen. Ja, meldet euch einfach mal, wenn irgendwer da noch Interesse dran hat. Ja, danke. Jawohl, danke zu Ihnen. Ja, und denkt dran an das, was ich erzählt habe, was die EU so schönes plant und spricht. Sprecht mit so vielen Menschen, wie es geht. Sprecht so laut, wie es geht. Und wir wissen nicht, wie lange wir noch so frei sprechen können, wie wir sprechen. Aber wir werden so lange hier stehen, wie wir die Möglichkeit haben. Und wir werden so lange hier stehen für eine neue Gesellschaft, für Frieden auf der Erde, auf der ganzen Welt. Und egal, was die Medien sagen oder was sie da jetzt planen, wir sind hier. Und unsere Stimme ist und bleibt laut. Ich wünsche euch auch eine ganz tolle Woche. Wer sich an den Arbeitsgruppen, wie gesagt, beteiligen möchte, einfach mal im Internet schauen, unter www.wahnwache-braunschweig.de. Dort findet ihr das Forum und dort findet ihr dann auch die Arbeitsgruppen. Und wie gesagt, wer sich hier gerne noch was mitnehmen möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Oder auch noch eine Spende für die Ukraine oder eben halt hier für die Mahnwache. Ansonsten eine schöne friedliche Woche. Und ich hoffe euch alle nächste Woche Montag wieder hier zu sehen. Und bitte plant euch den 2. und 3. oder den 2. oder den 3. 10. ein für Hannover, dass Braunschweig dort auch kräftig vertreten ist. Alles klar, ich bedanke mich und eine schöne Woche. Vielen Dank.